Oh, oh, hallo. Puh, gut. Oh wow, Muffin! Einfach weit machen! Bist du eigentlich behindert? Weil ich konnte nicht bremsen! Der arme Mensch! Gerade seh ihn alleine am Abend auf! Und dann wird er so ganz gemütlich im Affen gehabt! Opa! Ist das hier eigentlich noch Gegnergebiet oder wo fahren wir hier grad rum? Nein! Ich glaub, wenn man Freunde wie dich hat, Muffin, braucht man auch keine Gegner mehr. Kommst du da nicht hoch oder was? Keine Ahnung. Easy! Kann das sein, dass hier auf einer Seite der Mauer die Gegner sind. Wir kommen jetzt auf jeden Fall wieder zu Whitechapel runter. Eventuell haben wir da dann wieder... Nein, die haben hier das Fuel schön eingebaut. Das ist gut. Ja. Hier dann die nächste links. Geht aus dem Schnee, bringt ja wahrscheinlich nichts. Wir werden gleich wieder umdrehen. Ja. Ups. Was andere mühevoll aufbauen, das zerstört Muffin. Denn Wind ist Eile. Achtung, gleich sind wir stuck. Memo und mich selbst. Wir nehmen das nächste Mal einen anderen Fahrer. Und komm, den nächsten Sandsack noch. Was soll's? Gar kein Problem. Was kostet die Welt? Weißt du, da saß so ein kleiner fleißiger Chinese. 20 Stunden hat er gebaut. Muffin fährt einmal durch. Hey! Da schießt einer. Ich will auf. Achtung jetzt. Vorsicht. Vorsicht. Wenn auch ihr ihr Leben lieb ist, halt in Entfernung. Und go. Langsam vorarbeiten. Ja. Lauf einfach vor die Kärle. Oh, vor uns, vor uns, vor uns. Rechts, rechts, rechts. Rechte Flanke, rechte Flanke. Ah. 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 Überall. Einfach heute fahren. Fahr, Fahr. Durchbrechen. Ach. 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 Oh shit. Ich hab das. Rettet euer Leben. Oh shit. Ich häng im Stachel drauf. Klaus, mach in. Da ist schlecht, da ist ne Foxhawks. Oh no. 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 Einfach weg. Hinterfällelgen. Die schießen immer noch auf das Ding. Was ist das hier eigentlich? ich habe keine ahnung wofür die dinger gut sind einfach mal in den feindlichen dingern verstecken ja warte bis sie uns hinterher kommen dann fangen wir ein paar von ihnen ab hat jemand eine satchel oder so negativ ich bin wirklich überrascht dass wir drei noch leben wir haben genug leute mitgenommen gerade